Pixar Story, Kapitel 1 Eine Falle mit Folgen Pixar, ein bösartiger Massenmörder, sucht vergebens nach dem Aufenthaltsort von Ash. Nun lockt er zwei tapfere und gut trainierte Krieger in eine Falle, um an Informationen zu gelangen. Wird Chicksaw mit seinen Handlangen Erfolg haben, oder wird Blackbeard und Sledge seine Falle durchschauen? Es ist zu spät! Nein! Zahlt ein, Freitag, 19 Uhr, auf YouTube, Line, Gas. Und vergiss niemals, du kannst Veränderungen nicht aufhalten, genauso wie du die Sonne nicht daran hindern kannst, unterzugehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.